Willkommen beim Null-Abonnenten-Special der Unsuchbar. Zu diesem besonderen Anlass gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen. Gegen die Beantwortung einer Frage, versteht sich. Der Gewinner kann sich unter den folgenden Preisen einen aussuchen. Bad Teacher, Verrückt nach Mary oder Anno 1701. Ich möchte von euch folgendes wissen. Bei den Audiokommentaren von Futurama singen die Synchronsprecher manchmal mit den Worten Nobody Cares, einen Teil eines bekannten Stücks. Wie heißt es und wer hat es komponiert? Antworten werden nur per E-Mail an unsuchbar.googlemail.com anerkannt. Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Good luck and have fun! Und vielen, vielen Dank für all die zahlreichen treuen Abonnenten. Tschüss!